Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video geht es um die wahrscheinlich beliebteste Pour-Over-Brühmethode, dem V60. Um einen Filterkaffee mit dem V60 aufzubrühen, benötigen wir einiges an Tools. Neben dem V60 selbst benötigen wir natürlich auch frischen Kaffee. Diesen malen wir am besten in einer Mühle. Hier haben wir einmal die eine elektrische Mühle von Barazza. Es gibt aber auch Handmühlen wie die Kommandante, die Time More. Und wenn wir schon bei Hario Produkten sind, gibt es auch hier die Minimal Hario Handmühle. Diese ist sehr gut geeignet für Einsteiger, da sie auch sehr günstig ist. Dann benötigen wir natürlich auch Filterpapiere für den V60 selbst. Eine Karaffe zum Brühen des Kaffees oder auch eine große Tasse. Dann brauchen wir einen Wasserkocher, idealerweise mit einem Schwanenhals. Es geht aber auch ohne und dazu kommen wir dann später im Video. Außerdem benötigen wir eine Waage, dazu könnt ihr eure Küchenwaage nehmen. Oder hier zum Beispiel die Hario Drip Scale. Wir haben ein ausführliches Review hier oben in der rechten Ecke gemacht. Könnt ihr euch gerne dazu anschauen. Falls ihr keine Feinwaage zur Hand habt, dann nehmt einfach die Küchenwaage und zum Beispiel euer Handy als Timer. Denn diese Wagen hier haben immer einen Timer eingebaut, was sehr praktisch ist und was auch sehr wichtig ist beim V60 Filterkaffeebrühen. Zu guter Letzt brauchen wir auch gutes Wasser. Wir empfehlen hier gefiltertes Wasser und auch hierzu haben wir ein ausführliches Video gemacht. Schaut es euch gerne in der rechten oberen Ecke an. Außerdem können wir kurz über die Kaffeemenge sprechen, denn wie ihr seht, haben wir hier zwei verschiedene Größen. Die 01 Version ist besonders gut für kleinere Filterkaffeeportionen, wie zum Beispiel 250 bis ungefähr 350 Millilitern. Wenn ihr zum Beispiel für mehrere Leute aufbrüht, Partner, Partnerin, Kollegen, Kolleginnen, dann ist die 02 Version ziemlich praktisch. Hier könnt ihr größere Portionen mit aufbrühen, bis zu 600, 650 Milliliter, ist gar kein Problem. Aber nichtsdestotrotz, falls ihr die Möglichkeit haben wollt, für euch selbst, aber auch für andere zu brühen, dann ist die 02 Version eigentlich immer die bessere Wahl. Ich habe für euch zwei verschiedene Methoden zum Brühen des V60s mitgebracht. Außerdem gehen wir als letztes noch auf das Brühen mit einem regulären Wasserkocher ein. Wir verwenden 96 Grad Celsius heißes Wasser. Je heller die Röstung ist, desto heißer könnt ihr brühen. Bis zu 100 Grad Celsius ist möglich, wenn eure Röstung super hell ist. Je dunkler die Röstung ist, desto weniger heiß solltet ihr brühen. Wir benötigen 30 Gramm Kaffee. Wir malen den Kaffee frisch, da Kaffee nach dem Malen den Großteil seiner Aromen schon verliert. Danach lassen wir den Kaffee blumen und zwar mit 60 Gramm Wasser für 45 Sekunden. Dann gießen wir den ersten Schwung Wasser auf, und zwar 300 Gramm. Bei einer Minute 15 geben wir dann das restliche Wasser hinzu, bis wir 500 Gramm bzw. 500 Milliliter erreichen. Sobald der Kaffee etwas durchgelaufen ist, könnt ihr den V60 hochheben, ihm einen kleinen Swirl geben, damit der Kaffee auch wirklich komplett extrahiert wird. Die Brühzeit dieses Rezepts sollte bei ungefähr 3,5 bis 5 Minuten liegen. Mit dieser Methode erhaltet ihr einen wirklich sehr süßen, komplexen und vollmundigen Kaffee. Die Säure ist etwas gemindert, wozu wir jetzt kommen. Bei der nächsten Methode von Tetsu Katsuya konzentrieren wir uns besonders auf die Süße, aber auch auf die fruchtigen Noten, die etwas säurelastig sein können. Für das Rezept benötigen wir 20 Gramm Kaffee für 300 Milliliter Wasser. Der Malgrad ist etwas gröber als bei dem Rezept davor. Den Kaffee lassen wir hier auch 45 Sekunden blumen und verwenden hierfür 45 Milliliter Wasser. Bei 1 Minute 30, also 45 Sekunden später, gießen wir 180 Milliliter Wasser hinzu. Das Ganze machen wir auch, wie beim Rezept davor, von innen nach außen in kreisförmigen Bewegungen. Bei 2 Minuten 15 gießen wir auf 240 Milliliter auf. 45 Sekunden später, bei 3 Minuten, bis zu 300 Milliliter. Das Ergebnis beim 2. Rezept ist, dass man deutlich weniger Körper hat, dadurch aber einen deutlich fruchtigeren Kaffee mit einem etwas höheren Säureanteil. Der Kaffee ist so ein wenig trocken im Abgang, ist aber deutlich klarer als beim Rezept davor. Und zu guter Letzt stellen wir euch noch einmal die Version mit einem regulären Wasserkocher vor. Hierfür könnt ihr auch jegliche Rezepte nehmen. Der Unterschied ist nur, dass ihr hier nicht in kreisförmigen Bewegungen aufgießt, sondern einmal von außen nach innen geht und dann in der Mitte bleibt. Das Ergebnis wird euch auf jeden Fall nicht enttäuschen. Dennoch könnt ihr natürlich nicht kleine Feinheiten justieren, wie mit solch einem Spanenheizwasserkocher. Alles in allem ist der V60 eine tolle Filterkaffee-Brühmethode. Im Alltag entschleunigt man ein wenig und das ist Teil der Routine, einfach mal sich Zeit zu nehmen und einen V60-Filterkaffee aufzubrühen. Sofern ihr die richtigen Tools zur Hand habt, können wir den V60 auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Für alle, die etwas mehr auf Design stehen, empfehlen wir natürlich die Keramik-Version. Wenn ihr so seid wie ich und euch fällt des Öfteren mal etwas herunter, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Plastik-Version. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wir gehen gerne nochmal im Detail auf eure Fragen und Kommentare ein. Denn der V60 ist wirklich kein einfacher Brüher, aber wenn man ihn einmal verstanden hat und gemeistert hat, dann hat man auf jeden Fall viel Freude daran. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.